Guck mal! Eintreffer für Volpe Plus am Fuß von Exil. Bugatti! Das war für Volpe Plus. Ja, Aktion. Nach einer Aktion, den Vorteil, durfte Osus jetzt nutzen. Er hatte den Dreizack von Volpe Plus absolut sicher mit seinem Körper und Netz eingeführt. Dummerweise hatte Volpe Plus noch ein Messer und hat probiert, was mein Name ist. Es hat durchlaufen. Ja, ja. Ubra! Stolz! Stolz! 3-1-0, das ist das Lektor.